Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. Ich habe jetzt mal geschaut, wie ich an diesen Eidring komme. Und das Problem ist, dass bei mir ein Gegner nicht gespawnt ist. In dieser Reihenfolge, wo ich hier mit der Ranyi gesprochen habe, scheinbar hätte da eigentlich ein Gegner hier unten spawnen müssen, irgendwo hier. Und der hätte dann das Ding da verloren, was ich dafür brauche, um an den Eidring zu kommen. Und wir gucken jetzt mal, weil wir haben jetzt hier geredet. Also man musste hier mit der Ranyi reden. Und dann hat die ja hier dieses mit dem Blade erzählt. Das haben wir ja schon gehört an sich. Und dann hätte da eigentlich da hinten so einen Schatten kommen müssen. Ich weiß jetzt halt nicht, warum der nicht kam. Oder ob ich zu spät geredet habe, aber... Ähm, vielleicht... Woher kommt er jetzt? Ach, jetzt ist er da! Okay, ach du Scheiße, jetzt habe ich Angst. Ja, wie sind du? Ich mochte dich immer sehr gern, muss ich sagen. Alter! Kann der sich genauso oft heilen wie ich? Oh! Ah, der beißt mich. Ach, blöd. Ich mochte dich. Ah. Oh, hä, an was bin ich denn jetzt gestorben? Ähm. Okay, der unheilvolle Schatten ist jetzt da. Ich hätte nur mit der Rani reden müssen. Gut. Dann gehen wir mal los. Erneut. Ow. 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 Ich verstehe den seine Klinge halt nicht so richtig. Jetzt hat er denn viele Klinge. Hm. Sollen wir wenigstens mal das hier ein. Oh. Wenigstens was geschafft. Diese Eier. Wie bei Neo. Ich will sie gern kaputt machen. Wir kämpfen mal hier unten, bitte. Hier wollte ich gern mit dir kämpfen. Da komme ich schnell meine Gnade ran, wenn irgendwas passiert. Ach ja, so einer bist du. Oh. Jetzt hört es aber auf. Was hat denn der da für eine komische Klinge? Ich kriege überhaupt nichts dazu. Was hat denn die Klinge? Ich liebe sie. Hallo Madame, ich klaue dir jetzt deine Kiste. Wo ist die? Da. Dunkelmondring. Das soll der Ring sein, womit wir hier hinkommen. Hallo. Darf ich es mal streicheln? Bitte? Bevor wir da hingehen, machen wir erstmal was anderes. Hier. Da waren doch mehrere, oder? Ach, hier kann man nicht wieder reiten. So, also das haben wir schon mal runter gemacht. Dann müssen wir das hier mitnehmen. So. Hier können wir, glaube ich, nicht noch mal hin. Aber wir haben mehrere runtergeholt. Ja, hier waren wir schon. Gut. Hier war aber irgendwo noch eins. Da oben. Okay, wir gehen so außenrum. Also können wir noch ein bisschen Runen sammeln hier. Da ist es schon. Wo ist der Eingang? Hier. Oh. Huh? Oh. Oh. Okay, wir brauchen noch eins. Wieso konnte ich den, äh, dem Margitz seine Rune duplizieren, aber die anderen nicht? War hier oben auf der Ebene noch einer? Da spielen die Wölfe, da ist das, ich glaube, also hier waren auf jeden Fall drei. Wo ist denn das dritte jetzt? Also wir haben ja noch das Rumlaufende da. Ah, Hilfe! Oh Gott. Hm. Nun gut, haben wir wenigstens eins. Ah. Ah. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu weit oben. Ah. Ich bin, glaube ich. Wir müssen da unten hingehen. Wie kommen wir denn da unten hin? Nee, Kristalltunde ist zu weit unten. Ach, gehen wir doch mal hin. Komme ich hier direkt wieder raus oder nicht so? Oh, warte mal. Wir nehmen das mal hinten direkt mit. So, das haben wir mitgenommen. Sprung der Kristall, wenn wir hier sind. So, jetzt hoffen wir, dass wir rauskommen. Aus der Höhle hier. Ja, schön. Jetzt sind wir halt hier unten, gell? Wo ist es? Also es ist auf jeden Fall schon ein Biden, aber wo war das denn? Warum ist das jetzt hier so neblig? Hä, nein. Oh, ist das hier immer so neblig gewesen. Oh, ist das hier so neblig? Oh, das war nicht so gewollt. Das schon. Hä, wo ist da denn was? ? Dreh dich. Hä? Das hing doch da irgendwo dran. Ist das Zeug hier damit gemein? Bald muss ich doch eine Pfeile kaufen. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Ach ja, Tatsache. Oh Mann ey, ist das lästig. Dreh dich. 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 So, wir brauchen jetzt erstmal... Können wir nicht Pfeile herstellen? Ach nee, wir müssen doch hier unten hin. Wir müssen doch da hin. Dann nehmen wir erstmal das ein und dann gehen wir mal nach oben. So. Das war doch schon wieder falsch. Ach, wir mussten doch hier hoch. Ach. Oh. Ich hab's einfach geboxt. Aber ich würde auch wegrennen. Ja, er muss herkommen. Nee. Ich will doch nur meine Echos verdoppeln. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, fast Ah, ich komme schon bis hin Blödes Ding Man muss auf jeden Fall nie alle machen Ach, ich komme schon bis hin Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 einfach drauf springen kann. Du nervst aber, mach mal nicht so Allüren hier. Lassen wir das, Marikas Pfahl, wo ist hier Marikas Pfahl? Och nee ey, super. Was für ein Scheißteil. Okay ihr Lieben, ich würde sagen, wir lassen das Ding mal hier rumlaufen halt. Vielleicht haben wir irgendwann noch mal Lust dahin zu, da zurück zu gehen. Im Moment habe ich keine Lust. Vielen Dank fürs dabei sein, bleib gesund und morgen schauen wir uns mal das doofte Albinaurix an. Bis dann, tschüss. 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 Bis dann, tschüss.